Das ikonische Karosseriedesign des neuen Fiat 600 Hybrid verkörpert die Philosophie des Dolce Vita, des unbeschwerten Lebens, für das Italien weltberühmt ist. Dazu tragen auch die Karosserielacke BI. Sie orientieren sich an den Farben von Sonne, Meer, Erde und Himmel. Der neue Fiat 600 Hybrid ist mit fortschrittlichen Fahrerassistenz- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet. 6 Airbags sind serienmäßig an Bord. Der intelligente Geschwindigkeitsassistent hält die gewählte Geschwindigkeit unter Berücksichtigung des umgebenden Verkehrs. Der Verkehrszeichenassistent informiert über eventuelle Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die autonome Notbremsfunktion erkennt auch Radfahrer und Fußgänger im Bereich vor dem Fahrzeug und löst bei Gefahr automatisch einen Bremsvorgang aus. Der Spurhalteassistent warnt bei AI einem offenbar unbeabsichtigten Spurwechsel. Der Aufmerksamkeitsassistent analysiert die Konzentration des Fahrers und empfiehlt, falls nötig, eine Pause. Willst du den Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020